bappapapapapapappak jetzt geht's auf hallo und willkommen zurück bei Ark ja, also ich hab mich wieder zurück gezogen aus den tiefen des Schummels hier oben ups steht noch hier oben weil, ups, ich gedacht habe ich packe mich jetzt mal hier im Felsenfest, ne? Und ich komme auch nicht mehr mit dir mit. Ja, dann bin ich hier runter, hab dann noch einen Paco Mastax gefunden, der sich mir angeschlossen hat, nachdem er meine Beeren geklaut hat. Und wenn der. Und auch der Kollege dachte, hä, ich komme jetzt nicht mit dir mit, ich bleibe packen. Also schon langsam, weil ich mehr Dinos irgendwo in der Pampa rumstehe, als wie ich bei mir dabei habe. O ist noch dabei und Wan ist daheim, der hat schon gewusst, warum halt das. Nein, sie hat schon gewusst, warum, so muss ich sagen. So, ich brauche unbedingt was zum Essen. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Und ob da auf der Hinterseite noch was entdeckt ist, holen wir uns jetzt dann gleich. Wir befinden uns hier. Wir sind nicht mehr weit weg von Wan. 400 Meter noch, aber ich habe jetzt unbedingt was essen müssen. Das trifft nichts da an. Danke für die ganzen Kommentare, für die ganzen Hilfestellungen und 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 und. Ich habe es wieder vergessen. Wir werden jetzt zu Hause mal schauen, dass wir das aufbauen. Wenn wir da ein bisschen gefestigt sind. Und dann werden wir uns mal langsam herantasten, einmal größere Dinos zu zähmen. Und zum Schauen, wie das überhaupt die Situationen hier, die muss man ja nicht mehr tragen. Corona, da nehme ich die einfach das Inventor. Feuer öffnen können. So, wir sind eigentlich satt. Was du vorher ausgehend an und dann ist gut. So, da auf der Rückseite. Ah, er ist noch dabei. Also er sitzt noch da und ich weiß ja mittlerweile, wie ihn los wird. So. Irgendwie. Zack, da ist er. Und dann können wir wieder aufhören. Oder wir können wir uns ins Inventor, weil ich weiß bloß noch nicht, wie ich direkt in seinem Bett herkomme. So, Inventor. Okay. Dann gehen wir dem Abos geben. So. Davon musst du ja nicht. Ich habe auf dem Rückweg ja nur so einen weißen Drop gefunden. Das nehmen wir mit. Den wir unser Haus ein bisschen erweitern. So. Okay. Du kriegst ein Flostik. Ah, du. So gehen wir da drungen. Schaut dann ja nicht. Ah, jetzt sehen wir so eine Tassen. Ah, nicht fallen lassen. Stecken. Ah, du stecken. Genau. So. Eine Explorer Note. Uncorhynchus does not like conflict, and generally swims away from anything larger than itself at very high speeds. Once provoked, however, Uncorhynchus becomes quite aggressive, along with its nearby brethren. It locks onto its prey with its long sabre teeth and begins draining the creature's blood. This loss of blood is not too dangerous alone, but when a school of Uncorhynchus attack it once, their target quickly loses speed and stamina from blood loss, drowning if it cannot breathe underwater. Like many of the smaller fish found on or around the island, Uncorhynchus cannot be tamed, but it is often herded and harvested for its resources. In particular, certain cuts of Uncorhynchus meat are considered to have superb quality and are often referred to as prime fish, used for specific high-end concoctions and taming the island's many pisgivorous creatures. Denn dieses Fischlein braucht man quasi, um andere, größere Fische zu zähmen. Ja, gib mal quasi Fisch raus, Fischfili. So. Aber jetzt geht's erstmal nach Hause. Nein, bin die Frau wieder gekommen sein. Also da in die Mangroven-Sumpfer ist ja abgegangen wie Schnitzel, gell. Das ist ja auch furchtbar. Und jetzt dieser blöde Ups, denkt er, er bleibt bei hinten im Storstecker. Das regt mich so auf. Also das ist noch nicht durchdacht. Gibt's auch keine Optionen, dass ich die Balkonen anfasse und woanders sitze, einen Meter neben mich oder so. Also das ist schon furchtbar lästig. Mal schauen, wann schon wieder frei ist aus Versehen. Vielleicht hat sich die ja selbst befreit. So, okay, haben wir's geschafft. So, noch nicht. Nein. Dann sind wir da zu früh. Wir sind schon ein bisschen rumdumm um die Insel. So, hoff. Oh, sweet home. Gib mal einen kleinen Schluck, du möchtest du sein. One. Ja, grüß dich. Ja, wo ich den? Ja, wo den? Steichle die. Bauen sie gut, ich bist da. Da, glaube ich, du mein Lebenspunkt. Der Level 22 bist du mittlerweile schon. Schau. Ja, ich bin super. Ich bin sehr froh, dass du mich dabei warst. Das war die Hölle, ich sag das. Jetzt, komm. So. Jetzt muss ich dir sagen, du sollst einmal erwarten. Ich sag dir das jetzt gleich wieder. Das mal Mächtwissen und irgendwie aneignen. Folgen deaktivieren. Du bleibst da. Okay? Gut. Dann. Inventar, bitte öffnen. Jetzt müssen wir den ganzen Gleiterer-Datsch. Und bleibst dann bitte auch da. So. So. Jetzt bleibst du jetzt mal da. Bändli daheim. Geh Stress. So, dann können wir da gleich mal mehr Türen. Dann können wir da halt gleich mal die Tür mal bauen. Dann haben wir da ein paar Fundamente gekriegt und ein paar Wände. Dann können wir da. So. Nicht. Nichts. 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 Ich habe hier einen Bound. Ich habe hier einen Bound. Ich habe hier einen Bound. hallo da habe ich nichts dafür das feuer kann ich da nicht einfach konsumgüter gemüse hergestellt einfach nur was oder zu brei normales feier oder wir es ist ja umständlich die verkehrt so so wo kommt es da her brauche ich mal was zum pfudern so putzeln wir das mal durch die 40 Meter wenn wir was auf der Seite haben ich raue mich mal schnell den Rest aus da haben wir jetzt nichts da haben wir noch ein bisschen Wahnsinn müssen wir noch mal schauen was wir bauen können was wir brauchen was wir wollen nein das war wieder froh die unteren bitte danke die da ne dann das mit einer da das tierische Zeug Tien habe ich das irgendwo da glaube ich vielleicht ja genau da können wir Rüstungen draus bauen ist ja kein Zement draus bauen hat es geheißen pro soptodon pro soptodon pro soptodon genau da abzielen wir mit einer und das Zement kommen wir jetzt zum Saufen also wahrscheinlich nicht wirklich aber in derweilen Eisen habe ich auch einiges gefarmt da haben wir ein bisschen Holz aber dann mal so ein 100er Stack her schauen wir mal wie lange das gelangt so vor allem also dann schmelzen wir mal die 40 Bahnen durch so das kann da das kann auch da ja das hat die Narko-Bären die brauchen wir für die Narkosemittel habt ihr gesagt der Hut haben wir eigentlich nicht warum passt das nicht okay da brauchen wir nämlich Gammel Fleisch und diese Narko-Bären so daraus kann ich dann im Mörser Narkosepulver Na was ist das da? Waches Heilmittel Insektenschutzmittel Molanzien Narkosemittel Hose du stellst einfach mal her oder die werden wir schon brauchen oder? ich weiß es ja nicht aber wird schon so sein so das Gedöns brauchen wir jetzt auch nicht da Zwei Betreuungspfeile haben wir schon Steine nehme ich noch mit für die Schleuder da das kommt auf die letzte Tatschen oder eine Wende dabei die braucht man auch nicht so da macht man es da noch ein bisschen fort ach der ist durchbrutzelt bei 50% vom Holz was wir verbraucht haben also das ist nicht sehr effektiv wirklich nicht sehr effektiv das schaut das da aus aha nicht viel anders da müssen wir noch mehr Holz nachlegen glaube ich das ist ein Fertigbrutzel bis ich wieder da bin na so das ist ein Taschendiebstahl das ist ein Fertigbrutzel bis ich wieder da bin um das ist ein Fertigbrutzel bis ich wieder da bin Bärenfresser. Ich dachte, das war nicht so ein Fleischfresser, der hat mit dem Haar gegriffen, oder nicht? Gehen wir mal ein Steakfleisch, mal schauen, was er sagt dazu. Ah, ich hab den falschen aufgehabt. Du hast ja schon genug. Du hast ja ganz neu von Fleisch. Das ist ja super. Dann gibts mir das wieder und das auch. Du hast ja genug, weil die da wischt und die Bären. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, was da geht. Jumia, das ist das kleine Säbelzahnartige Bären-Dings, was da rumfetzt. Parasaurer, das ist der, was da rumlauft. So einen Sattel kann man, so einen kann man fangen. Ein Parasaurer. Fasernlederstroh. Fasernlederstroh. Fasern. Fasern. Nein. Unter der Küste. An jedem Küste. Fasern. Leder. Fasern. 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 Wohl ein Rechtsgriff für weitere Optionen. Menge herstellen. Können wir hier. Keine Ahnung, ob wir die wieder kriegen. So. Jumia. Parasaurer. Holz brauchen wir da noch. Das kriegen wir auch noch hin. Kann man sonst noch so einen Sattel. Dann schauen wir mal so ein Viech davon. Äh. Äh. Parasaurer. Genau. Oben stand hier noch primitiv. Jetzt mal so anfangeln. Räucher, komm mal. Schau mal. Kann man auch mal. Kann man auch nicht bauen. Kann man auch nicht bauen. Falsch immer gesagt. War eine schlechte Wingergobb. Nehmen wir mal mit. Beet. Kann ich da diese. Sagst du meinst. Harabären abbauen. Schau mal ein Beet. Ich weiß nicht, ob ich sie da abbauen kann. Das war es eh schon. So. Was haben wir jetzt da noch? Da habe ich alles hier erforscht. Und was ihr sagt, sie brauchen nicht alles. Aber das kann nicht sein. Wir machen immer alles sie brauchen. Also es gibt es jetzt nicht, dass man irgendwas nicht braucht. Oh. Das war ja. Das gibt es einfach nicht. Oh. Exhaustecke. Oh. Das schaut ja gut aus. Da kann man bestimmt Schienehäuser draus bauen. Sattel. Sattel. Vielleicht irgendeine bessere Rüstung. Vielleicht irgendeine bessere Rüstung. Die da hat mich sehr interessiert. Wo ist ja da? Wir haben eine Resistenz minus sieben. Da schwitze ich wohl ein bisschen schnell. Die Betäubungspfeile. Ja. Ja. Wo schieße ich denn? Davor stoppeln anscheinend schon. Dieser Aufsatz. Sturmgewehr. Alter Schwede. Also geben dazu da einen Haufen. Kleiner Aufzugsplatz von Aufzugsschiene. Betäubungssper. Betäubungsbleibungssperbolzen. Okay. Reckssattel. Uiuiuiui. Compoundbogen. Genau. Wow. 85. Für was bleibe ich für ein Compoundbogen? Zement. Also. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Sehr geehrte Damen und Herren. Wie es chillst du, oder? Ja. Macht es mir ja komplett sein. So. Na gut. Feuer löschen. Falls du das mal sonst verbrennst. Wir gehen jetzt noch ein bisschen sammeln. Dann nehme ich die mit auf mein... Du bist schon Level 31. Okay. Ich dachte du bist Level 3. Ich darf mal schütteln, weil dann kann ich die nämlich vollpacken mit Material. Und wir sind aufgestiegen. Und du darfst auch mitgehen. Ja. Du darfst auch mitgehen. Zurück. Folgen. Wenn wir was treffen, kannst du das Platten machen. So. Mal müssen wir jetzt runde Steine so auf dem Metall. Da werden wir noch ein bisschen was farmen. Sofern wir finden. Wenn wir was finden. Jawohl. Komm. So. Mal kriegen wir die schon noch hoch. Ich weiß jetzt zwar nicht ob du besser Levels weil ich ihn auf der Schulter habe. Oder ob du bloß daheim besser Levels wenn er auf der Schulter ist. Aber ich weiß nicht was du tun kannst daheim. So. Da sind keine runden Steine. So. Keine runden Steine. Also ich habe schon runde Steine gefarmt. Wo ich ein Ups verloren habe. Weißt du was verloren? Der steckt halt da. Steckt halt da im Stein fest. Aber. Da ist schon einiges an Metall rausgegeben als so runde Steine. Ah da haben wir so runde Steine. Genau. Drei Metall. Geht doch. Da brauchen wir viel mehr Metall. Wir verloren den Lohn zum Laufen zu verbringen. Da brauchen wir einen Haufen Metall. Die Grafik ist schon extrem geil. Muss ich schon sagen. Das ist ein Foto Modus. Oh. Jetzt schwebst du da Wann. Das ist nicht tot. Jetzt wenn Wann nicht so schwimmt hat. Was besser. Ich habe mir eine Mietze Katze mit deinem. Ich habe irgendeine Mietze Katze mit deinem. Ah. Das ist ja nicht so egal. Ich habe mir eine Mietze Katze mit deinem. sagt die cookie hat eine menge ins büro unterstehen etwas grünes zu uns dahin wagen und was blaues die wöscher aufgeregt schauen was man finden kann man ja bis sie pushen wir haben uns einen spätlauf nach oben aber irgendwie ist da gar keine saurien oder ist überhaupt nichts da irgendwie weiß es auch nicht so weit ist das glaube ich gar nicht weg dann ist aufpassen das war zu früh zum töten man geht auch wenn man tut alles du kannst du bist schön ich muss gleich umstehen dass sie nicht also greift ok ok wann dann ist wenigstens auch wenn du den schuhen gebracht hast du bist jetzt wieder aggressiv greift mein ziel an jetzt habe ich mit dir kannst du nicht die ganze gegend töten das geht nicht aber bis da oben sehen wir in der nächsten folge ich sage danke fürs zuschauen die fest dabei sein irgendwann hat man sich freuen wenn es nächstes mal wieder ein schutz ist dann